Ja, nein, 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 die Dürmer! Das stimmt nicht mehr auf in den Niesen! Das ist der Speicherfall! Was macht man denn jetzt so? Kacke! Mist! Engelkurve unter einem Tiefflug hier rüber, der Herz! Das andere Flugzeug ist weg! Ja die andere noch fliegt bis in die Urane! So tief siehst du die sonst nicht! Ja, Anni, weil die Riesendinger sonst immer einen Sicherheitsabstand halten müssen! Die Flugkorridore extrem höhere sind! Und der will sich halt mal zeigen! Ganz flach! Wie Alkan mit seiner Riesenmaschine! Er darf auch nicht zu tief, weil da hat er vielleicht nicht noch aufgemacht! Wir waren ja am Züger! Ja! Leon, wir waren eigentlich... Also wir waren am Züger! Kannst du nicht schauern? Oh! Nein! Oh! Papa, warum wären wir nicht auf den Heli gegangen? Ja, dann hätten wir sowas gar nicht gekauft! Nee! Da haben wir uns ungefähr... ...einem Haus oben... ...da haben wir uns einfach... ...gesungen und nicht gekauft! Und da haben wir ja noch relativ viel jeder! Schnell, wir werden uns hier mal! Ja, hier stürmen wir nicht in die Schlese! Halten steht der Kleiner! Ist der denn der, 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 der extra 300L? Der Zweisitzer? Na klar! ... und gerne noch... ... und... ... und... ... und... ... und... ... und... ... 29% optimiertere Leidenschaft verbrauchen im Vergleich zur Vorgänger-Generations- und der Prokurrenz. ... nein, das hat er nicht gesagt. Papa, wo ist der Plan? Ja. ... aber er hat nicht gesagt. Ja. Papa, wo ist der Plan? Papa, wo ist der Plan? Ja. 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 Da hinten ist das Flugzeug gelandet. Ja. Ja. Da hinten ist das Flugzeug gelandet. Ja. 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 Da hinten ist wirklich ein Flugzeug gelandet. Ja. 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 Der loved flip mal. Es geht durch die Mahlzeit und der Arendal, der Hauptverschut 행복 ist der Klimaer 033. Herst PFT mit der Keeperkonferenz im Herk видите. Ja, ich bin ja projet auf der verantwortlichen Flugzeuge. ungs freundlich. Können wir uns das gleich noch anschauen? Na der mit der 2-sitzigen, der Kunstflug da, mit der 2-sitzigen wollte er nochmal. 14.15 Uhr. 14.15 Uhr steht der im Gespräch. Dann wollen wir nochmal in die Spacehalle kurz. Jetzt landen wir sie um. So eine halbe Stunde. Ja. Wir wollen nicht mehr in die Halle. Ja, wir gehen nochmal in die Halle. Ja, wir gehen gleich wieder in die Haltungen. Dafür werden wir noch nicht mehr in die Halle. Ich bin auch noch nicht mehr gestanden. Wache noch mal und ich habe nicht mehr gestanden.- Ich bin. Ich hab degree hier drin und ich habe ihn getrunken. Und da Sie wieder in die Schreiber sind, Sie haben die zwei Energien. Die Schreiber aus. Deswegen gibt es eine anschauen. Wenn Sie die Flüger ausmachen, den Ausprägungen sind, Ich habe dich gerettet auf dein T-Shirt. Ich dachte, wir gehen als erstes zu den Helis, in der Halle, es gibt mehrere Hallen. Warte, Papa, dein Handy? Ja. Die landet jetzt. Komm, du kannst noch Träger holen. Ja, wir fahren jetzt Wasser. Alles. Und was, Wasser. Wir landen. Aber mit Passagieren will es ja noch mehr stauben. Oh, da gibt es ja so viele Düsen weg in der Luft. Wartet! Wartet! Wartet!